Das wird noch höchstens. Was war das denn jetzt für ein Aussatz so? Ja das kann sich hier nur um Jahre und uh.. Stunden und Minuten und Momenten Und kleiner Hammer, eben halt, ähm, Drennenwenden. Hier ist eine Glückskarte, ähm, Glückskarten sind zum Beispiel sehr nützlich, die über Bosskämpfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gezeigt habe. Harpion! Ähm, die verdoppeln nämlich das Geld, als auch die Erfahrung. Taschendieb! Medizingestalter! Soll ich mir gleich zurückdürfen? Was? 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 Oh ja! Da bin ich wieder... Die Tür ist da und blablabla... Ähm, ich will jetzt nicht so ein bisschen hier drin lassen, weil ansonsten hab ich nur ein paar Sekunden... Das ist jetzt ein bisschen... sehr schlumpenes... Achtung nicht auf meine... Aha, jetzt seh ich gerade... Denn sonst hätte ich geblieben, dass sie jetzt hier ja beinahe tot ist... Super, Ingo! Nicht so viel zu sagen... Einfach mal so... Sehr gut! So... Ich hoffe jetzt, dass... ... die... ... die... ... die... ... werden... ... ja... ... sehr gut! ... das wird... ... nnih, 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 nnih... Spann dich an, Spincocks. Ach, ich vergesse, dass ich an der Aufnahme noch bin. Ja, warum laufe ich jetzt zurück? Das wird eigentlich um... ...ehm, anderen Hintergrund. Und zwar, ähm... Äh, wie Blitz? Kein Blitz! Nein! Darf es mir sein? Äh, wie Blitz? Hm... Krash... Na, super. Der wirft ja hier mit Zustandsveränderungen um. Das geht ja schon gar nicht mehr. Und ja, ich, äh, achte im Kampf eigentlich nicht so sehr darauf... ...auf das, was da am Spiel eigentlich passiert ist, deswegen... ...und ja... ...und ja... ...und ja... ...und ja, ähm... ...dem Westerbefehl könnte ich jetzt mal zeigen. ...mach nämlich gut Schaden. Aber ich muss damit trübschen irgendwie leben. Gut. Stummheit kann ich damit schon machen. Ein kleiner Hamburger. Gästlichkeit. Ah. Lämmung. Ah. Okay. Soll ich nicht gar nichts nehmen? Den Lämmung, oder? Äh, doch. Lämmung haben wir es. Aber ich habe nichts gegen. Verwirrung. Das ist das größte Problem gerade für mich. Geheimes Zeichen. Hm. Sehr, sehr gut. Das ist, was ich auf jeden Fall behalten möchte erstmal. Und zwar ist das nämlich so ein Zeichen. Womit man... Oh Gott. Eigentlich muss ich mal sagen. Diese Empfehlungen von Youtube. Die gehen mir ja richtig auf die Nerven. Äh, diese Geheimzeichen, die sind nämlich dazu da. Oh, Rudi ist mit mir verwirrt. Cecilia ist bei einer Platt. Ich deser nehme es dazu da, um nämlich... Äh, blablabla. Um nämlich die MP von einem Angriff wie zum Beispiel, äh, von Cecilia als auch von Jack niedriger zu machen. ... ... Ähm, da ich das nicht auf die aktuellen Sachen verwenden möchte. Aus, äh, wichtigen Gründen. Manch werdet ihr nämlich nicht nachher sehen. Also so ziemlich die besten Angriffe von Jack und Cecilia, weil das Ganze nämlich... ... ... anhalten. Die ziehen nämlich ein bisschen... ... mehr MP als die alten. Ist klar. Und deswegen möchte ich da so ein bisschen... ... den MP-Verbruch dann sinken. Weil das nur für... ... ein Angriff ist. ... ... ausnutzen, wenn ich das auch so schaffen kann. So, Goblins, hauen wir denen mal ein bisschen Platz. Sie haben ja sowieso nichts mehr. Hohoho. Und weg sind sie, tralalalalalalalalala. Ja. Noch mehr Pflanzen zum Anzünden. Gebt den Pflanzen, die nicht legal sind. Keine Chance. Nicht einmal angefangen. Wie zum Beispiel auch nicht diesen Komplex. Bis gleich. Äh, Goboinen.